Sie haben eine Heimnetzgruppe eingerichtet und wollen jetzt zusätzliche Ordner freigeben. So geht's. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Ordner, den Sie freigeben möchten. Zeigen Sie im Kontextmenü auf Freigeben für und entscheiden Sie, ob die Teilnehmer der Heimnetzgruppe die Daten nur lesen oder auch verändern dürfen. Klick Fertig. Der Infobereich zeigt an, dieser Ordner ist freigegeben.